Ey, was machst du denn da? Na, ich lese ein Buch, wie man schlauer wird. Aber wo ist dein Stift? Hä, ich will lesen, nicht schreiben. Anfänger, wenn du Bücher ohne Stift liest, dann machst du was falsch. So viele Leute denken, dass sie einfach ein Buch lesen können und dadurch schon was lernen. Mein Ernst, wie viel erinnerst du noch von den Büchern, die du vor fünf Jahren gelesen hast? Wahrscheinlich nicht besonders viel, weil du sie passiv liest und nicht aktiv. Deswegen nimm dir in Zukunft mal doppelt so viel Zeit pro Buch. Wenn du wirklich was lernen willst und nicht nur auf Social Media posten willst, wie viele Bücher du in 2023 gelesen hast. Nimm dir einen Stift, mach Notizen, schreib was rein, mach das Buch zu deinem eigenen. Und wenn du fertig bist, dann fängst du nochmal von vorne an, gehst das Buch nochmal durch, schreibst eine Zusammenfassung, erklärst anderen Leuten, was du gelesen hast, arbeitest aktiv mit dem Buch. Ist aufwendiger, kostet mehr Zeit und Energie, bringt dann aber auch mehr. Bist du fertig? Ja, okay, liest weiter.